Alle reden nur von Grafik. Aber was, wenn man Spielen ihre Bilder nimmt und sie auf ihre Audiospuren reduziert? Dann zählen die Geschichten, die Sprecher und die Atmosphäre, die sie vermitteln. Wir haben die Top 5 der Spiele zusammengesucht, die wir uns als Hörspiele wünschen. Schon als Kind hat man Cowboy und Indianer gespielt. In Red Dead Redemption erlebt der Wilde Westen sein Comeback. Im Amerika zur Jahrhundertwende sorgt John Marston im Grenzgebiet für Recht und Ordnung. Und wenn einer der Banditen nicht hören will, muss er halt auch mal fühlen. Verbrechen, Waffen, schnelle Autos. GTA ist aus dem Stoff, aus dem Gangsterträume sind. Das Universum rund um Macht, Geld, Aufstieg und Fall in der Großstadt bietet genug Platz für Verbrechergeschichten mit den unterschiedlichsten und durchgeknallten Charakteren. Unendliche Welten, fremde Wesen, unbekannte Planeten, riesige Raumschiffe. Destiny ist ein Spielplatz für Fans von Science Fiction und Space Operas. Wenn das alles noch von Game of Thrones Star Peter Dinklitz gesprochen wird, bleibt eigentlich kaum ein Wunsch offen. Die 50er Jahre sind einfach ein stilvolles Zeitalter. Im Amerika der Nachkriegszeit, das von Korruption und Drogen zerfressen ist, geht es im Anzug und mit Zigarette im Mundwinkel auf Verbrecherjagd. Ganz ohne technischen Schnickschnack und nur mit Stift und Block bewaffnet, geht es an die Ermittlungen. In gut inszenierten Dialogen geht es dann um die altbekannte Frage, wer ist der Mörder? Bioshock ist nicht nur ein gelungener Shooter im Dystopie-Setting, sondern in sich schon ein halbes Hörbuch. In der Spielwelt sind 122 Audiotagebücher versteckt, die euch die Geschichte der Unterwasserstadt Rapture, seine Bewohner und den brutalen Untergang erzählen.